Hallo zusammen, ich bin jetzt hier in Soest auf der Halle heiligen Kermis. Mich hat einfach mal gereizt hier zu sein und wenn man schon den ersten Augenblick hier rüber geht, dann ist man schon überwältigt. Das ist sowas von toll, mitten in der Stadt. Und ich spreche davon, wir haben jetzt Mittagszeit und hier ist das schon wirklich sehr 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 gut besucht. Vielen Dank. So, wir sind jetzt hier vor dem Airburn. Oh, wo ist er denn? Ein Riesenpropeller. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ich steig jetzt hier einfach mal um. Ich muss dabei sagen, es ist wirklich gerade mal 1 Uhr mittags. 13 Uhr. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Wer ist der Wahnsinn? Das ist ja wirklich der Ahnung. Geht's y'all! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020